Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online in der Greymoor Kampagne und wir sollen zum Wasserfalllager bzw. wir sollen es finden und das finden gestaltet sich unheimlich schwierig ich würde vermuten es ist irgendwo in die Richtung ich kann natürlich mal den Kompass ausmachen falls das geht aber dann würde ich halt auch gar nichts mehr in dem Spiel finden also wirklich gar nichts mehr ist leider verboten als B hier am Wasser zu stehen also beim letzten Troll muss ich sagen die halten viel aus ist jetzt aber egal egal nehme ich doch gerne mit so was haben wir hier auch gott rohlederschoner würde ich sagen und Ausdauer so was haben wir denn hier Doppelschnitt Gemetzel was ist ein Gemetzel erhöht den Schaden mit Fähigkeiten für zwei Waffen gegen Ziel mit als Finishing ich stehe hier glaube ich gerade sau doof hier auf der Straße ist vielleicht besser was haben wir hier das ist gut zum Finischen das muss ich mir auf jeden Fall überlegen was haben wir hier mit Doppelschnitt fügt Feind mit beiden Waffen tiefe Schnitte zu was mit jeder der Waffen zehn Sekunden lang zusätzlich durch Blutung zu Ah ja interessant Teleportationsschlag ihr prescht durch die Schatten zu einem Feind greift diesen aus dem Hinterhalt an versuch und das sollte ich mir überlegen hier haben wir noch nichts aber ich glaube das ist schon mal ganz gut dann komme ich nämlich im Notfall an so Viecher ran kosche zwar momentan Magiker ich mache das mal wo ein reich ach das ist schon das Lager das heißt ich muss jetzt hier tatsächlich warte mal ich mache mal hier kurz ich hätte das hier gerne auf der 1 machen wir das auf die 3 huch warte mal und das hätte ich gerne nee falsch das hätte ich gerne auf der 3 geil ja greif doch mal an irgendwie hat der grad nicht so angegriffen wie ich das gerne gehabt hätte hä war der nicht gerade achso das war jetzt ein Spiel ähm tut dem nichts sonst oh hey ihr da bindet mich los mal schauen oh du bist groß schau mir in die Augen es ist besser nun lasst uns reden ok passt auf wir haben nicht viel Zeit diese Hunde planen unsere Brücke zu zerstören und ich habe ihnen gerade genau jenes Wissen verschafft das sie dazu brauchen tja warum hast du es ihnen denn erzählt sie haben Ulang sie bringen ihn um wenn ich nicht spure ich habe ihnen von den Schmuggeltunneln erzählt diejenigen die zu den Kavernen unter dem Fundament der Brücke führen sie wollen die Brücke mit Sprengstoff zum Einsturz bringen mit Sprengstoff Wund der Anführer der Reekmannen ist ein Alchemist er hat ein mächtiges alchemistisches Reagenz erschaffen er wird das Reagenz zünden und die Kaverne einstürzen lassen er ist schon dort unten doch wir haben noch Zeit wir müssen Hauptmann Hingrid warnen ok dann werde ich schon mal mit Haupt den die Brücke ist ein Symbol für das ganze westliche Himmelsrand sie dient als wichtige Durchgangsstraße und ist ein Mahnmal an unser Volk sie darf auf keinen Fall durch meinen Fehler zerstört werden sucht Hauptmann Hingrid sie wird wissen was zu tun ist ich komme gleich nach ok dann gehen wir mal zur Hauptfrau Hingrid irgendwo in die Richtung quer fällt ein natürlich ist für mich immer die sinnvollste Lösung in solchen Spielen ach erinnert ihr euch noch an Skyrim? an die Allradpferde? ach ja so ach so das war ich habe gerade gedacht was ist denn das für ein Effekt aber also der Soundeffekt aber das war wahrscheinlich vor meinen Händen ich glaube das ist irgendwas aus dem äh Dingsbums wenn ich hier irgendwas blocke habe ich eine Chance äh stärker zu sein ja berichtet was habt ihr beim Lager am Wasserfall gefunden habt ihr eine ausfindig gemacht? ja haben wir und zwar äh Reikmannen äh besetzen gerade ihr Lager ähm wahrscheinlich war das nicht klug dass sie diesen Brief da in ihrem anderen Lager liegen gelassen hat äh wo sie gesagt hat wo sie als nächstes ist wenn sie das nicht gemacht hätte hätten wir sie vielleicht gefunden ohne dass das Lager besetzt wäre aber okay ja sie sagt sie wollen da eine Brücke sprengen ne die Brücke zu zerstören während wir hier auf ihr stehen wir hoffen die Reiknasen denn nah genug heranzukommen tja da gibt es voll die Schmugglerhöhlen unten drunter und äh wir wollen halt unten drunter alles zum Einsturz bringen und dann ist kaputt Schmugglerhöhlen unter meiner Garnison ich kümmere mich später um Ena jetzt muss ich rasch handeln vielleicht können wir die Bastarde aufbringen bevor sie ihre Pläne umsetzen können ich glaube halt ist das Ena? wartet es gibt ein Problem ach Ena könnt ihr die Schmugglerhöhlen unter meiner Garnison erklären? kann sie vielleicht aber will sie jetzt nicht ich kam so schnell hierher zurück wie ich konnte die Reikmannen ich hörte etwas Beunruhigendes als ich mir meinen Weg aus dem Lager bahnte ja was habt ihr denn gehört? tiest mich nicht an und es ist nicht nur die Brücke die in Gefahr ist die Reikmannen wollen die Eingänge zur Schmugglerhöhle nutzen um die Stadt zu umzingeln sie werden die Garnison angreifen oh das ist nicht gut aber wie halten wir sie denn auf? wenn die Reikmannen Sprengstoff einsetzen können wir das auch holt das Zunderpech und die Feuersalze aus der Garnisonsscheune wir können daraus unseren eigenen Sprengstoff machen und diese Eingänge verschließen klingt plausibel ich hole da mal das Zeug hier ich markiere die Eingänge auf eurer Karte setzt Feuer, Salz und Zunderpech an jedem der Standorte ein dann sucht nach dem Haupteingang der Schmugglerhöhle hinter dem Wasserfall verschließt alle Seiteneingänge danach geht ihr los und haltet wund auf und rettet auch Ulan ich brauche ihn das ist ganz schön viel was du hier jetzt gerade von mir willst also ein bisschen was darfst du selbst machen naja und tschüss na nein ihr unterhaltet euch jetzt nicht falls wir das hier überleben Ena werden wir uns unterhalten was immer ihr sagt Hauptmann hier hier haben wir Zunderpech und hier haben wir wahrscheinlich Feuersalze das ist bestimmt auch gut das im gleichen Lagerhaus zu lagern halte ich für eine sehr kluge Idee gibt es hier zufälligerweise habe ich schon mal irgendwie so ne ich glaube das reicht noch nicht wollte gerade gucken ob es hier einen Stall gibt wo ich mein Pferd upgraden könnte guck mal da oben irgendwo dann reiten wir da mal hoch falls ich nicht hier komplett in die falsche Richtung reite aber ne das müsste schon passen guck mal da dieser Pfeil der wird immer größer und dann sprengen wir hier mal ein paar Sachen oh guck mal Eisenerz na komm oh Habchen ob ich mich mit denen schon rumschlagen kann au ach so ich sollte vielleicht aus diesen Area of Effect raus oh okay ich bin wohl doch ah ja ohne zu sterben hier runter ja wunderbar 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 oh hi wer hat das gesagt wer spricht hier zu mir so das nächste haben wir da drüben ach komm so ich finde das klappt gut oh höher oder tier auf ah da das Loch wahrscheinlich ach so und das ist wahrscheinlich hier hinter dem Wasserfall wo wir dann hin müssen hallihallo Angriff so und einmal verschließen bitte betrete die Schmugglerhöhle das machen wir doch gerne und schwupp Schmugglerhöhle von Drachenbrücke eine Reihe von Höhlen unter den Hügeln rund um Drachenbrücke wurden über die Jahre hinweg für allerlei zwielichtige Aktivitäten in Beschlag genommen in letzter Zeit nutzen sie ich muss gerade mal der Tausendfüßler dran glauben als Strafe dass das Spiel so schnell geladen hat schneller als ich lesen kann und spinnen sowieso also hm macht bestimmt Pause ach Mist war zu langsam so ähm gibt's hier noch was aber mal echt ich hab immer noch keine leichte Rüstung gefunden also für den Kopf aber das kommt schon noch das kommt schon noch erst mal hier ein bisschen gemütlich entlang schleichen guck mal Rucksack oh ich hab glaube ich mittlerweile holt mich hier raus ach du bist doch der den wir retten sollen ne dann darfst du erstmal zugucken wie ich hier gemütlich äh die Säcke leere na gut komm wir reden ihr seht nicht aus wie einer dieser verhauerten Bastarde aus dem Rake ich nehme an das bedeutet ihr seid hier um mich zu retten ja Anna hat mich geschickt ich wusste dass Anna mich nicht aufgeben würde was habe ich nur getan um sie zu verdienen tja diese mageren schwächlinge schichten tiefer in der Höhle Sprengstoff auf ich habe mir den Arm verletzt sonst würde ich helfen ich komme allein hier raus doch ihr müsst sie aufhalten ach ein Ork der sich ein bisschen von der Armverletzung aufhalten lässt also bitte das halte ich jetzt aber nicht für realistisch naja gut ich kümmere mich hab Dank das werde ich nicht vergessen nun bindet mich los damit ich meinen jämmerlichen hinter dir rausschaffen kann na gut und tschüss so und die gucken einfach ja da passiert irgendwas aber was soll uns das schon kümmern oh eine Hüterin könnte ich oder irgendwas Hütertechnisches habe ich auch noch nie gespielt kann ich mir auch mal irgendwann mal vielleicht angucken keine Ahnung wie sich das spielt keine Ahnung hi ja steh du mal gemütlich auf wollte den erstmal gerade platt machen so äh kann ich nicht nehmen kann ich nehmen ich glaube ich kann äh irgendwie drei Jahre lang in dem Spiel mittlerweile angeln oder sowas so viele Angelköder wie ich hab das war wahrscheinlich auch in jedem Gewässer oder so zumindest glaube ich ich weiß nicht ich könnte ich traue mich auch nicht in den Handwerksbeutel zu gucken aber ich glaube das Zeug das landet ja apropos Inventar oh ja ich muss vielleicht bald mal Sachen ich gehe da rum ich muss vielleicht mal irgendwann mal Sachen oh cool aber eigentlich was ich sagen wollte ich muss irgendwann mal gucken dass ich äh ja Sachen verkaufe oder kaputt machen vielleicht auch ein paar zerstören ich meine das Zeug ist jetzt noch nicht so wertvoll was ich da in meiner Sammlung hab wer ist denn hier eigentlich der ich bin da ja noch nicht so firm mit dieser klasse wobei es klappt glaube ich ganz gut äh ich mach mal hier zuerst den Bogenschützen ach so naja dann setze ich mich mal hin guck meine Taten an die Ergebnisse meiner Taten übrigens die Ergebnisse meiner Taten ähm wir hören uns als überlegene Plünderin in der nächsten Folge wieder bis dahin macht's gut ciao ciao